Hallo, hier ist viele Feine, viel Ehre mit dem nächsten Teil der Joshu-Kampagne. Ich habe gerade bemerkt, ich kann jetzt hier einen ausländischen Veteranen mir holen und das finde ich doch sehr sehr praktisch, wie der aussieht, wie so ein Büroangestellter, aber der soll ja gut sein, also schicke ich ihn gleich. Das ist wohl ein Amerikaner, seinem Akzent nach zu urteilen. Auf jeden Fall schicke ich ihn dann gleich mal an die Frontlinie. Auf jeden Fall, hier sollte ich so langsam wissen, welche Stadt ich jetzt angreifen will. Ich meine, welchen Clan sogar. Und ja, doch, das hier will ich immer noch reparieren, keine Sorge. Diese Stadt habe ich auch erst eingenommen. Und was wollen die Tozer hier machen? Oh, die wollen hier diese Stadt der Sasayama einnehmen. Aber ob sie das schaffen, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall beenden wir jetzt mal die Runde. Gut, die Tozer wurden hier zurückgeschlagen von den Sasayama. Das wäre jetzt eigentlich so perfekt, unsere Chance dort zuzuschlagen. Aber, ob sich das lohnt. Achso, was studieren wir jetzt gerade überhaupt? Ah, dann könnten wir gepanzerte Schiffe uns holen. Aber ich glaube, darauf können wir erstmal verzichten. Ich glaube, wir holen uns erstmal dieses Ding hier. Kostet, äh, dauert nur zwei Runden. Und danach könnten wir gleich uns so ein, ähm, so eine Fähigkeit holen. Die bringt uns dann plus zwei Zufriedenheit auf alle Provinzen. Überall. Also, das bringt schon eine Menge. Ja, das machen wir dann. Und dann wahrscheinlich diese Fähigkeit hier, weil die bringt uns noch ein bisschen mehr Kohle. Und Kohle ist immer gut. Oder moderne, moderne Gewehre. Hm. Oder Explosivgeschosse. Doch, Explosivgeschosse, die würden dann jede, ähm, navale Schlacht für mich entscheiden. Also, ich glaube, das bringt doch erstmal am meisten. Gut, mit den Takayama will ich jetzt erstmal nichts machen. Wir gehen dann wieder hier hin zurück. Und, ähm, legen uns entweder mit den Tozo und den Satsuma an oder gleich mit beiden gleichzeitig. Ich würde es sogar praktischer finden, erstmal die Satsuma-Insel zu erobern, weil das ist praktisch ganz hinten in Japan und wir könnten dann halt, ähm, von dort aus unsere Macht weiter ausbauen. Das fände ich schon praktisch. Gut, ähm, Bichu, ich möchte nur ganz kurz gucken, wo hier die Eisenbahnlinie entlang geht. Hier geht sie weiter und dann hier nach oben. Hm, wer immer diese Provinz hier hält, die hier in der Mitte, das ist ein sehr glücklicher Kerl, weil hier treffen sich, hier irgendwo treffen sich ja beide Telegrafenlinien. Oder hier, hier trennen sie sich doch. Na gut, ich weiß jetzt auch gerade nicht. Dann. Ja, ich hoffe mal, wir haben dann bald genug Einfluss, damit wir dann hier schönen Krieg auslösen können. Ja, dauert nicht mehr lange auf jeden Fall. Und wir haben noch zehn Jahre Zeit, also alles ganz locker. Wie lange brauchen wir noch für die britische Handelsmission? Mal gucken, nur noch sieben Runden, dann hätten wir die. Und wir können uns ja auch dran machen, unsere Städte etwas zu vergrößern. Hier vielleicht erstmal die Stadt Aki, weil es ist meine Lieblingsstadt ab jetzt, direkt zwischen Eisenbahn und großem Hafen. Na gut, so groß ist der Hafen nun auch wieder nicht, aber Prinzip ist Prinzip, es liegt an der Eisenbahnstrecke hier und deswegen möchte ich es weiter verbessern. Ich komme mir gerade so vor, wisst ihr, wie so ein kleiner Bürokrat hier mein kleines Reich verwaltend, ach, das macht schon Spaß. Gut, und hier ist jetzt auch meine Eisenbahn fertig und die Eisenbahn verkehrt jetzt zwischen Bingo und Suhr. Aber, was halt ein bisschen doof ist, ist, dass es diese Eisenbahnstation nur alle paar Provinzen gibt. Die sollte es vielleicht etwas öfter geben. Und bedeuten diese Kreuze hier, dass das Haltestellen sind? Ich denke eigentlich schon. Hm. Gut, da muss ich mir halt überlegen, welche Einheiten ich abziehe und welche ich dort lasse, damit ich praktisch hier eine Grenzprovinz mir einrichten kann. Und dann... Oder... Mal gucken, welche Provinz sich eigentlich gut eignet, um sozusagen einen Angriff abzuhalten. Also ich bräuchte dann schon diese Provinz Harima hier, das wäre sehr praktisch. Dann könnte ich jeden möglichen Angriff des Gegners praktisch auf zwei Seiten beschränken. Das wäre schon mal nicht schlecht. Aber die Tozer möchte ich jetzt erstmal nicht angreifen, die sind doch noch etwas zu stark. Na gut, dann beenden wir jetzt mal die Runde. Ah, diesen Satzuma muss mal eine Lektion erteilt werden, die sie so schnell nicht vergessen. Am besten wäre es, wenn ich so ein geiles britisches Panzerschiff bekomme. Dann könnte ich praktisch ungestraft da überall rumflitzen und sie kaputt schießen. Das wäre doch sehr begrüßenswert. Ah, wer ist das denn? Ich muss... Ich muss irgendjemanden verzaubern oder verzücken mit der Geisha und dann kriege ich so eine Art... Spezialen... Irgendwas, keine Ahnung. Ne, es kostet mir... Es kostet ja krass viel. Ich könnte es ja mal probieren. Hat nicht geklappt und ich habe eine Menge Geld verschwendet. Juhu. Auf jeden Fall... Ich glaube, ich werde Tango etwas verbessern. Weil das scheint ja jetzt... Ah, ne, aber ich kann das mit den Tozer nicht so stehen lassen. Die könnten mich ja praktisch von allen Seiten hier angreifen. Das geht nicht. Also, die Tozer werde ich nach den Satzuma dann auch angreifen müssen. Ah, ich weiß, ich bin ein ganz kriegerischer Typ. Was habe ich denn hier überhaupt für Einheiten? Ein paar Einheiten Linieninfanterie, einmal Ki-Hetai. Gut, auf jeden Fall. Die sind jetzt hier und die können auch gleich nach Nagato. Dann habe ich hier noch eine Einheit Linieninfanterie rekrutiert. Und ja, ich glaube, ich baue hier noch einmal die Baracken hin. Weil, wenn jetzt ein Krieg mit den Satzuma kommt, dann wäre es doch sehr nützlich, in Nagato noch so eine Art Rekrutierungsstelle zu haben, wo ich auch Ki-Hetai, Scharfschützen, das alles nachrekrutieren kann. Dann kommt dieser General gleich nach. Was haben wir hier für eine Armee? Ne, 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 das wollen wir nicht. Hier können wir was Neues bauen. Hm. Was sollten wir hier bauen? Vielleicht so eine Artillerie, irgendwas. Ah, so, apropos Artillerie. Dann rekrutieren wir mal welche. Hier, Parrot Guns. Sobald die dann ankommen, hier in Nagato geht's los. Also drei Runden brauche ich zum Rekrutieren und dann auch noch die Zeit, die die brauchen, um dort hinzugehen. Das kann ja dauern. Was können wir noch machen? Nicht viel, wie es mir scheint. Gut, jetzt kann ich diese Provinz auch endlich wieder besteuern. Darüber bin ich sehr froh. Und ich denke mal, wir könnten hier unsere Streitmacht etwas aufteilen. Und zwar nehme ich hier meine, meinen, ähm, den Kern meiner Truppe. Ich lasse hier diese drei Einheiten, die lasse ich dort. Gut, die Provinz ist immer noch zufrieden, zum Glück. Und die kann ich auch später noch ein bisschen verbessern und so, damit da kein Gegner so schnell die überwindet. Und dann schicke ich mal diese Armee auch in Richtung, Richtung Satsuma. Oder genau, ich hole die mal hier mit der, ähm, ich hole die mal mit der Flotte hier ab. Dann könnte ich die schneller, ähm, hier durch die Gegend schicken. Gut, dann wenden wir die Runde. Ah, hier ist ja der Veteran. Ja, den verbinde ich dann mit der größeren Armee, die ich dort habe. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt schon eine Menge Geld pro Runde. Das ist sehr gut, dann können wir uns bald auch bessere Einheiten leisten. Und ich denke dort ganz konkret an die HMS Warrior. Wenn wir die haben, dann haben wir die, äh, Überlegenheit auf den Weltmeeren. Ja, macht mal schneller jetzt hier. Wir haben auch Sommer. Okay, aber ich denke mal, wir werden es nicht schaffen, mit dem ausländischen Veteranen rechtzeitig anzukommen. Deswegen schicke ich mal die Flotte jetzt hier hin. Und der darf jetzt hier rein. Was hat der eigentlich für Effekte? Darf ich das nicht erfahren, was der für Effekte hat? Egal. Weiter geht's dann Richtung Satsuma. Und was haben wir dann hier? Die Iwami. Okay, stimmt, die Parrot Guns brauchen noch ein bisschen. Und dieser andere General kommt auch noch. Hier kann ich ja praktisch jetzt alles verbessern. Aber ich glaube, ich baue lieber so eine... Hm. Was baue ich hier? Ich glaube, eine Polizeistation. Das werde ich ganz dringend benötigen, falls ich dann eine Republik gründe. Hm. Ich glaube... Hm. Das hier ist der beste Kompromiss, eindeutig. Dann hole ich mir mal das hier. Also Aki ist auch eines unserer am schnellsten wachsenden Städte. Und hier, ich gebe den auch lieber erstmal einen Handelshafen. Weil das bringt doch erstmal mehr. Dann kann ich hier das Handelsvolumen vergrößern. Und dieser Hafen ist ja schon der größte, den ich habe. Auf jeden Fall wäre es das erstmal für diesen Teil der Kampagne. Und dann bis zum nächsten Mal.